Ah, mit Bella. Sie müssen zur Ablenkung die Stromversorgung unterbrechen. Lassen Sie sich dabei nicht töten. Keine Versprechungen. Two on over. Mit Versprechen habe ich Bella. Ach ja. So, im Dunkeln kämpfen ist natürlich dann auch die... ...beste Methode. Weil die ja alle mit ihren Eiern machen, ne? So, hier gibt es keine Erkennungsmarke, leider. So, dann gehen wir mal los. Schauen wir mal auf, was wir hier denn alles treffen. Hey! Oh! 10, 20? Ich sollte vielleicht raus. Oh, eine Erkennungsmarke? Ui! Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Aber ich habe es einfach mal gemacht. So, Tür zu. Geht nicht. Vorwärts! Uncool. Ein Stück auf Feuer! So, der Nächste da hinten. Ich nehme deine linke Seite vor. Nein, wirst du nicht. So, schauen wir mal. So, für den wird es eigentlich das Beste sein. Ach so, geht nicht. Schnell nachgeladen. So, was haben wir denn hier sonst noch so alles? Ein Audio-Log. Hören wir uns das doch mal an. Ich hoffe, ich werde nicht unterbrochen. Im Folgenden stelle ich meine Beobachtung zum Lebenszyklus des Xenomorphs vor. Er beginnt als Omoner auf dem Allstadium. Dort bleibt er in einem Ruhezustand, bis er eine mögliche Bedrohung entdeckt. Nachdem eine Bedrohung festgestellt wurde, verlässt die Kreatur, die sich nun zu einem parasitieren Arthropoden entwickelt hat, das Ei und sucht nach einem passenden Wirt, in den sie sich implantieren kann. Die Einpflanzung erfolgt durch den Mund des Wirtes. Nach Abschluss der Einpflanzung, dieser Prozess dauert etwa eine Stunde, stirbt der Parasit und der Wirt fühlt sich normal. Nach einer kurzen Immubationszeit verlässt der vollentwickelnde Xenomorph auf den Wirt durch den Brüstkorb. Ja, hat man ja gesehen, dass es nicht gerade vorteilhaft ist, um ein Vieh in sich zu haben. Ja. Aber auch nur dann kann ich das drehen? Was ist denn das? Achso, guck mal, die haben alle so ein blödes Ding auf dem Kopf. Ein Facehacker. Oh oh. So, mal gucken, dass wir uns anschleichen können. Ich hätte schallgedämpfte Waffen brauchen können. Wo ist er hin? Müssen jetzt gleich hier sein. Kann man denen helfen? Ne. Schade, es sind alles wieder Xenons. Die wir dann natürlich am Arsch haben. Achso, er war das. Mal kurz umgeguckt. Wo? Na dann, komm doch mal. So, da ist noch einer. Ich habe keine Flanken. Bei mir geht's nur frontal, mein Freund. Ah, das heißt Freund. Sieht ja komisch aus. So zusammengefalten, der Typ. So. Hallo. Hallo. Tür zu. Und wer hätte es gedacht? Hier gibt es auch nichts. Lauf, lauf, lauf. Neblig. Na komm rein hier, sicher. Gucke. So, Bewegungen. Zwei Mann. Stopp. Zuerst. Zuerst. Xenomauf. Aufgrund einer Sicherheitslücke. Nach dem erwarteten Tod des Parasitoide habe ich, entgegen der Empfehlung meiner Kollegen, versucht, den Fyltalen Xenomauf zu extrahieren. Mein Versuch. Mein Versuch schlug viel. Wegen der cancerousen Struktur der Plazenta des Xenomaufs scheint es unmöglich, einen inkubierten Xenomauf zu entfernen, ohne den Wirt zu töten. Der Tod war nicht schmerzfrei. Dr. Stephen Hegelhoff. Ja, da hatten sie es wohl schon mal versucht. Von ihm hier. Denke ich mal. Ist das auch ein Audio-Log? Ne. So, lass mal gucken. Die sollen wir jetzt schnell ausschalten. Wenn ich sie sehen würde. Da ist einer. Haben sie nicht, Mann. Schrei doch nicht so rum, ey. Kann ja nicht sein. Junge. So, warte mal. Da hinten war auch noch eine grüne Tür. Oh, Armor ist voll. Das ist mal eine Abwechslung, dass unser Armor voll ist, ne? So, da sind wir, glaube ich, gekommen. Ist das noch meine Audio-Log? Hier, komm. Autopsie-Bericht von Dr. Dink-Hayne. Die Innovations-Spezialist. Dave. Dr. Hayne unterlag einen Tag zuvor der Einpflanzung... Ach nee, das hatten wir schon. Dann... ...geht's jetzt weiter. So, da hinten ist einer. Hä, wo ist er denn? Ach, da. Für euch. So, Vertrauen auf Hex. So, da hinten war, glaube ich, wieso ist der nach hier hinten eigentlich gerannt? Ist das ein Audio-Log? Nö, schade. Erkennungsmarken haben wir auch keine, dann gehen wir rein. Hallo. Alles schön brav einsammeln. Hier brauchst du nicht rennen, ich habe alles unter Kontrolle, Junge. So, wollen wir erstmal hier reingucken? So, wir kriegen gleich Besuch, ist aber halb so schlimm. So, hier gibt es nichts, schade aber auch. So. Einfach mal bleib in die Heide. Wie immer, kennt man ja. Alter, du hast eine Smartgun. Mach doch mal was. Huch. Manche Leute versteht man einfach nicht. So, warte mal, ich muss mal eben fix die Waffe wechseln. Auf, was gehen wir denn? Wollen wir viel Munition hierfür, für Hatzons Gewehr? Dann nehmen wir Hatzons Gewehr. weiter im Programm. Drei Ziele. Schauen wir mal. Ach, du Scheiße. Wer schießt denn da noch? Das ist eine ganz neue Grenze, die da überschritten wird. Ja. Die züchten die Viecher, Alter. Sind die doch ganz sauber. So, da gehe ich gleich lang. Ich habe hier noch was. Scheiß, Freaks. So, Tür wieder. Nee, geht nicht zu. Schade. Erledigt sie schnell und leise. Sie dürfen den Alarm nicht auslösen. Leise. Nervengift freisetzen, abbrechen. So. Gestoppt. So, das ist endgültig tot. Was haben wir denn hier? Dem fehlen die Beine, oder? Nee. So, kleinen Moment mal, bitte. So, da muss ich mal eben husten. So, wo geht es denn lang? Da geht es dann weiter, oder? Nee, es geht nur den einen Weg. So, hallo? So, dann schauen wir mal. Blende nicht. Blödes Ding. Oh! Hallo? Wer bist du denn? Jetzt haben die schon solche Viecher in den Wandschränken. Hier ist keiner, ne? Nee. Na du? War das so ein Spucktyp, oder? Mit dem Grün da? Was? Ist das nicht eher uncool, wenn... Alter. Wenn die Stromversorgung abgeschalten ist? Die kommen doch dann alle raus. Da ist er. Das ist doch ein Spucktyp. So ein Leuchtehans. Das Vieh, das macht mir Sorgen. So. Schaut alles safe aus. Hm, mit dem könnte ich auch arbeiten. So, Licht aus. Oh, da hinten ist Amor. Trifft sich ganz gut, weil wir haben nichts mehr. Strommodul da hinten. Müssen wir da jetzt einmal außen drum latschen, oder? Wie schaut's aus? Das ist das.